Ach, schnell. Der Gestank ist so übel. Wir müssen die Schuhe hier rauskriegen. Wie viel Zeit haben wir? Scully hat seine Pastete vor 30 Minuten gegessen, also schläft er noch etwa 10. 12, wenn Pute drin war. Sehr gut, kommt schon. Ah, er hängt fest. Mission abbrechen. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee.